Hey guck ich bin da so viel Rats und ich will eh aufpassen, dass da irgendeine Falle ist Nein, das ist voll nicht zählen Bist du schon durch? Ich geh jetzt durch Die packest du noch abwarten Ich hoffe, die haben keine Falle gebaut, wir müssen kurz aufpassen Hey und herzlich willkommen zur neunten Folge von Minecraft Bugna Hallo! Heute werden wir in die Nether gehen und ein bisschen Levels farmen Und wenn uns für Nacht scheint, werden wir uns zuerst ein bisschen equippen Und dann eigentlich eher in den Fight gehen und nicht wegrennen Ja, wir scheinen in 3, 2, 1, jetzt Wünsche gespannter Willkommen Nein, ich wusste nicht Um die Uhrzeit, so frühe Amos Montagvormittag, hm Hey, ich kann sogar noch zwei Bücher machen, das ist ziemlich fresh Ach, du bist selbst Ja, was... Warte, ich mach dir mal kurz zwei Bücher Nice Hast du nur Eisen? Eisen? Ja, hab ich noch genug Okay Ja, du hast voll Eisenschwerp Ah, hast du was zum Essen gebraut oder was? Ja, warte Wie siehst du mich? Ja Boah, die gibt dir einfach C2 Oh, jetzt hab ich wieder ein Betarplatz hinein Ich nehm, ich luchze gerne Weißt du wohin? Ja, ja, 0-0, oder? Hey, dass wir so weit weg sind vom Spawner, obwohl wir nur in Höhen waren Ja, das ist echt zu viel komisch, ne Ich bin mir so ein erster Vogel nicht weit weggekriegt Nein Ich hoffe, es ist der Spawner 0-0, sonst haben wir halt alles verkackt, was man verkacken kann Oh, das sind viel zu viele Vogels, aber da kriegen wir Pfeile Pfeile am Tag Oh, der hat nicht... Oh, Alter, der ist weit geflogen Hey, guck ein, der Schmör, da, hilf mir Ja, das war so easy mit uns und so ist sie Lordi, ich hab einen Lordi, ich hab einen Lordi, ich hab einen Warte, ich hab einen kurz, dann direkt Begezombie, den katschen wir weg Ja, gehen wir einfach weiter Aber ich hab einen Ender Schmör, das ist cool Warte, da ist noch ein Es sind noch zwei Und Pfeile krieg ich auch gerade nachgeschmissen Wo bist denn du da oben? Warte, ich bin noch ein bisschen runtergerannt Ja, ich bin sicher Ah, ich siegen Nein, naa Los Oje Alter Hinter dieser BN, die Linie ist damit Ja, noch ein, Alter Ich möchte ihn Oh, mein Schatz Ja, gehen wir weiter Okay? Ja Ja, komm, gerne Gehen wir weiter Ja, ich geh einfach Ja, ich geh einfach Ja, wir sind ja relativ Warum ist da alles zu, wasch? Ja, weil das Baum da ist Hey, Alter, scheiss Relativ richtig, sag ich mal Warte, wir müssen ja nach rechts Oder? Ahm Ja, ich steh mir noch Hey, ist halt bei beiden Richtungen auf Warte mal kurz Warte mal kurz Warte mal kurz Wir laufen irgendwo verkehrt Warte mal kurz Warte mal kurz Ich muss mal was essen Ja Hey, gucke ich Ich check gerade nicht wie man 0-0 rennt Warte mal kurz Warte mal, da geht es nämlich nur Ich habe ja gehabt Ah, jetzt habe ich es Wir sind schon ein bisschen Genau Wir sind zweit wahrscheinlich, gell Ja Hey, das ist ziemlich gut Jetzt rennen wir ziemlich straight Ich habe ein paar Enderbeerle Hast du ein Enderbeerle? Hey, das sind zwei Endermans Nice Endermans Hey, ist lag, lag, lag Jetzt geht es wieder Endermans Aber warum lag man das? Hey, so ein Bogen, gucke ich Den kann er es mitnehmen Da am Bogen Das ist schlecht verzauber Enderst mal Schraub dir mal meine Enderbeerle Nimm die in den Bogen mit Weil man dann Warum das ist wahrscheinlich Die sind immer hinten Ja, das ist wurscht Wenn sie dich verzauberst Dann sind sie voll wieder Der hat Eisendropp mittlerweile auch schon lange Hey, der hat Eisendropp Wurscht, gehen wir weiter Der müsste ja eigentlich in die Ja, müssten nicht Aber in die Nähte wäre ja schon schlecht Geht Jump, jump Warte, schauen wir wie der Quer ist Ich sollte da vorne nicht langsam den Spawn sehen ich bin mein, wir sind ja am berg aufgegrenzt und dahinter war der Spawn ja, da vorne sollte der Spawn sein da vorne ist er, ja ja gut, dass der auch 0-0 ist wenn der jetzt da nicht 0-0 gewesen wäre, Alter, dann hätte das so ein Face-Barm reingemommen ja, gehen wir gleich durch, oder? ja ja, die Nacht scheint tut halt keiner aus irgendeinem Grund, wär aber cool gewesen, oder? ja, hab's gar nicht schlecht gewesen ja, dass wir so weit drüben waren, das Flashten noch immer, eigentlich ja, ich bin, wenn ich ist, nein, schweiz, ja ich habe keine Ecke, jetzt war mit, wenn du willst, oder? ja hey, guck, ich saufe Reds, dann wird eh aufpassen, dass das immer Falle ist nein, jetzt spawnt sie bist du schon durch? Ich geh jetzt durch ich packe es dann einfach rein ich hoffe, die haben keine Falle gebaut, wir müssen kurz aufpassen die Richtung spawnen dürfen natürlich nur noch, das kann sein hey, du hast eine Kiste ich schau nicht ein, das ist 100%iger Falle ja, guck, gehen wir nur in eine Richtung, damit wir zum Schluss wissen, wo wir her sind ja, dann schau mal kurz, die Qualis ja, die Qualis sind eher 0-0 ja, das sind ziemlich genauer lang ja, gehen wir in die Richtung bist du da? ja ja hey, das sind Betten das hat das Digi gebaut zum Ausruhen wenn sie da einsetzen, bist du hin, sagst du nur das hat 100%ig das Digi gebaut hey, sehe ich hier einen Gast, oh ne, ne hey, das Buch ja das Loto ist krank gehen wir in die Buch, gerne? ja, aber quatsch, das ist nur die Buch ah ja, schön der ist einfach alles schon abbaut naja, die Digi-Mens sind noch nicht auch gerade na, die sind so nur spielabhängig hey, guck wieder ah, schön oh, ich baue das noch hey, sollen wir mal verzauern wieder, weil wir mit beiden eben viel zu leben, ja, aber auch 14 davon es wäre halt echt gut, wenn wir verzauern würden ja, passt, ich baue da auf, ok? ein bisschen versteckt, damit die Gasts nicht alles hinmachen Alter und ich saubere Beel? ohm hol zauber ach, schauber so, ich hab mal gemacht dann ist zum Zaubern leichter mit dem Mierer ja, hau, Kohle ich hab ein bisschen was einglauben, gell ich hab ein bisschen was einglauben, gell ähm, ich verzaubere mal mein Schwert fertig toll, ähm, wie du immer alles was verzaubert ist, da rein ich bitte, weil sonst was hast du verzaubert ist? was hast du verzaubert ist? ah, das Schwert und so, damit die es fertig verzaubert na, ich glaub du musst das Schwert fertig verzaubern, ich glaub man braucht 14 Level, gell? so, genau so, genau was, was soll ich jetzt machen? ähm, schaffst du das Schwert auf Schärfe 4 zu machen? warte, ich weiß nicht, was ich in Schärfe 3 schaue ja, du hast ja Schärfe 4 irgendwas, oder? na, ich tue das, da musst du alles in die Kisten rein na ja, ne ja, ich hab Schärfe 3 an Schärfe 3, so einmal ja, da musst du in die Kisten rein tun ja, warte, ich hab's grad nicht checkt ja, zwölf Level brauchst ja, brauchst du noch ich hab nur noch vier Level du kannst schon wieder bezaubern ich verzauber grad die Böen ja, warte, die machen nur noch Protection, wir lord, der Amos ist weg warte, ich mach auch was warum Protection? also, ja ja, weil ich fast eine Wacker Protection hab ja, warte, wir haben jetzt zwei Bauer 2 Bogen und ein Bauer 2 Enchanted Bogen ja, du hast die Bücher, oder? ja, die Unverzauerten, ja ich hab dir ein bisschen mehr eine ja, verzauber mal, ja ich kann nur Scheiße verzauern ja, dann verzauber ein Bogen das ist spannend, wenn ich deinen Unverzauber dann wieder rückholen ja, wenn du den Amos reinhust, oder so, sicher eh wieder fünf Level ich hab einen Bauer 1 erzählt ja, warte, gib mal Bücher her, dann kann ich auch mithelfen gib Bücher und Küssen ja, warte, dieses Chaos Protection 1 Feather Falling braucht keiner, gell ah, was mach ich denn dann, wenn das nicht geht ich hab gar nichts wurscht ich schau immer, ob das das Schärfe ist ob es vielleicht auf, äh, auf den geht das was? was soll ich sagen? ähm, schau immer, dass du das Schärfebruch auf, äh ob es Eisenschert und auf Flames verzauern kannst das wäre die wichtigste verzauern ja, wo willst du bauen? ja, mach es Power 1 und Protection kann ich machen mit 2 Level aber zu wenig Level aus dem Punkt ähm, Schärfe Schwert, warte, ich baue schon alles naja, Schärfe ist auch Flames, Eisenschert ja, ich baue jetzt, warte, ich baue jetzt warte, ich baue jetzt, warte, ich baue jetzt das Eis und Fuert hm? ja, warte, ich brauche Levels, ich muss ein bisschen Level fangen Level, Level, Level da warte, warte alter, die Zeit vergeht schon wieder so schnell hab ich keine Ahnung, lange schnappen ja, bestimmt saulang, irgendwie, gefühlt hab ich so viel Zeit, irgendwie bleiben wir da wohl keine Ahnung ich kann es gerade gar nicht einschätzen, wie da muss ich machen ja alle, ich brenne ich hoffe es mir nicht Wasser kann man eh nicht setzen, oder? mhm hey, Alter, das Brennen ist ja hardcore hört das irgendwann auf, auch noch da jetzt, Alter das ziehe ich dich ab, live, gell? sag's dir ehrlich ja, von möglich, hätte ich immer gesagt ja, warte, gib dir einen Tipp, renne nicht in so ein Lava rein ich bin schon Level 9 wieder Level und geht echt schnell ähm Axel macht sie am Bauernboden ach, Bauernboden ach, Bauernboden ach, Bauernboden ach, Bauernboden ja, ja Alter, sie sind überall Quarz aber das Quarzerboden geht halt so langsam leider geht es bergab zum Schluss für sein Gast ist bumm alles ich sag's dir ehrlich ach ja irgendwie war ich, finde ich die Folie gerade irgendwie voll interessant, weil irgendwie nadefarmern war ich noch nicht so oder? ich genau und da sind jetzt Zauber Alter, das ist ja echt wie überall Quarz ich kann davon nicht zurückgehen, wenn der überall Quarz ist, weil zum Schluss rufe ich nochmal her, weil ich die Level brauche ich hab schon über einen Stack Quarz was machst du Schönes? Spaß mit mir wer hätt's gedacht wer hätt's gedacht ich hab in Gelera 14 Axt hin ich hab Gott sei Dank noch eine auf Unbreaking verzauert hey guck ihr die Kisten von uns darf man looten, gell? Kisten? ja wenn wir ein Schult aufklatschen würden, dann dürfte es keiner looten, oder? keine Ah egal egal ich weiß es auch nicht das bleibt kein Ding gibt's nur aber was wollte ich denn verzaubern, guck ich Protection-Wiefer, gell? Bogen und Eisenschild hab ich immer schon ja Bogen gibt's keinen, ja oder 6 das ist ein Witz nehmen wir da alles mit, oder lassen wir alles stehen? ok, brauchst du nur Power 1? ja, weiß ich nicht, ehrlich gesagt ja, lassen wir alles stehen, oder nehmen wir alles mit? guck ich äh, alles mit wir wissen, dass sie mich nah nehmen, denk ja, ok Schadness soll ich machen nah, oder? Schadness, Schadness, Schadness jetzt geh ich grad mal erst für dich eingestresst ja, hab ich Smite, ist das gut? na na ja, ich bin jetzt komplett Protection zwar ja, warte, ich nehme jetzt alles mit, wie da was gut ist, den Rest lasse ich durch, guck ähm, ich bin noch nicht Protection zwar, alle nehmen das ja, ich bin noch nicht ich bin noch mitnehmen ja, ja, Bauer 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 danke fürs Zuschauen Wenn euch diese Runde gefallen hat, dann geht ein Daumen nach oben. Vergesst nicht zu abonnieren, falls ihr nichts mehr verpassen wollt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.